Uzi? Jo? Wem würdest du deine Tochter nicht daten lassen? Bei Allah, Amen. Bei Allah, Amen. Bei Allah, Amen. Nicht daten lassen. Amen. Ehrlich? Den Amen auf jeden Fall nicht. Amen. Ich glaub Uzi, weil sein Charme ist zu viel. Amen. Amen. Ich liebe dich, Bruder, aber Amen, ja. Mein Gott, ich liebe dich, ich liebe dich. Nicht, dass jemand noch Fitness macht und so. Amo? Wem von den Jungs würdest du deine Tochter... Amen. Ich hab die Frage, nein, ich hab's zu Ende gesagt. Amen, würdest du sie nicht daten lassen? Sami. Ja. Mein Name. Amen. Auf jeden Fall. Amen und Noah auf jeden Fall. Amen. Ganz klar. Abel. Ich hab dich ganz doll lieb, aber Amen. Wem würdest du deine Tochter nicht daten lassen? Malad. Malad, sicher? Ja.